Wir sind jetzt rund eine Woche hier in Shanghai und das ist der zweite Tag auf der Expo. Wir haben noch eine kleine Rundreise gemacht. In Suzhou sind wir noch und Hangzhou. Wir freuen uns riesig, dass wir hier sein können und das erleben können. Wir waren auch schon in Japan an der Expo vor fünf Jahren. Es war dort schon ein Riesengefühl. Das können Sie spüren und dabei sein. Auch hier in China ist es gewaltig, was hier aufgebaut wurde. Ich bin Sascha Oberli von Münchenstein in Basel zu. Ich bin Roland Martin. Ich komme von Arlesheim. Es ist ein Treffen, das auf die ganze Welt zusammenkommt. Du treffst alle Nationen hier. Es gibt tolle Architektur und Technologien, die man spürt. Die Traditionen, die man schauen kann, ist einfach einzigartig. Du kannst dich frei bewegen, kannst machen, wie du willst. Ja. Manchmal ein bisschen lange Wartezeiten. Ich muss auch sagen, die Leute sind so friedlich, der ganze Anlass. Es ist einfach ein tolles Gefühl, hier zu sein. Es ist gewaltig. Es ist ein guter Platz. Es ist toll, super. Nicht zu sein, nicht zu sein. Es ist geflogen. Es ist geflogen. Ich bin allein zum nächsten Mal. Frau Katz.